Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Hey Corona, The Return of the Lockdown. Ich sag's gleich, ich find's eigentlich ganz gut, dass wir den Lockdown wieder haben. Ich hab mich in den letzten Monaten eh viel zu frei gefühlt. Manchmal hab ich sogar dann eine Maske getragen, obwohl ich gar keine tragen musste. Es könnte aber auch daran gelegen haben, dass die Regeln nicht immer ganz eindeutig und klar waren. Damit hab ich jetzt auch schon gleich ein paar Themen der heutigen Folge erwähnt. Nämlich, was haben wir in den letzten Monaten eigentlich gemacht und hätte der Lockdown vermieden werden können? Kurze Antworten, nichts und ja. Die längeren Antworten und noch mehr folgen jetzt. Zunächst einmal möchte ich euch in Erinnerung rufen, was das ist. Hey Corona. Ein Podcast, Nona. Und zwar einen, den ich im ersten Lockdown gestartet habe, weil ich die Chance ergreifen wollte, etwas Positives aus dem Lockdown zu machen. Geworden ist es ein fast täglicher Podcast, in dem ich nichts zu sagen hatte, weil ich ja auch nichts erlebt habe. Ich war ja eingesperrt zu Hause. Aber jetzt im Lockdown 2 eine neue Chance. Ich habe auf jeden Fall etwas aus dem ersten Lockdown gelernt, wenn schon viele andere nicht. Und zwar das, dass ich ganz sicher keinen täglichen Podcast machen werde. Das bringt nichts. Aber ich überlege wöchentlich, meine Meinung und meine Erfahrungen mit dieser Ausgabe des Lockdowns mitzuteilen. Ich bin nämlich wirklich gespannt, ob sich für mich überhaupt irgendwas ändert, weil als Vater eines kleinen Kindes gehe ich sowieso nach 20 Uhr nicht mehr hinaus. Theater, Kino oder ein Lokalbesuch oder Disco, ja ich bin alt, ich sage Disco, existieren auch nur noch in einer grauen Erinnerung. Also für mich gilt, solange der Kindergarten und die Spielplätze offen bleiben, ist es fast wie Business as usual. Aber wer weiß schon, was morgen ist. Was ist also in den letzten Monaten passiert? Ich persönlich habe den Corona, 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 den Corona-Lockdown und die Kurzarbeit tatsächlich dazu genutzt, nicht einen, nein, sogar zwei YouTube-Kanäle zu starten. Und warum? Weil es ziemlich bescheuert ist. Aber es macht mir viel Spaß und es macht auch viel Arbeit. Diesen Podcast werde ich auch mit Stock-Video unterlegen und übrigens und auf YouTube posten, falls YouTube euer Podcast-Provider-to-go ist, könnt ihr das natürlich auch dort hören. Den Link dazu, den poste ich in der Podcast-Beschreibung, sobald ich ihn habe. Mein, der eine YouTube-Kanal ist ein Comedy-Kanal, auf dem werde ich auch diesen Podcast posten, ja, so lustig geht es hier zu. Und auf dem anderen Kanal kann man mich begleiten, wie ich versuche, ein Filmemacher zu werden. Den Link zum Kanal gibt es dann ebenfalls in der Beschreibung. Für diese YouTube-Kanäle ging auch tatsächlich die meiste Zeit der letzten Monate drauf. Abgesehen davon bin ich noch in Risikogebiete gefahren. Nämlich ins Salzkammergut, wo dann auch unser Mietauto sich nicht mehr öffnen hat lassen. Und all unsere Sachen, naja, nicht all unsere Sachen, aber Sachen von uns noch im Auto drinnen waren. Und unsere Carsharing-Firma hat uns im Stich gelassen. Ja, das war eine tolle Erfahrung. Aber eine richtig tolle Erfahrung war dann meine Reise nach Amsterdam. Das war wirklich sehr schön. Und davon habe ich auch ein Video gemacht, wen es interessiert, auf meinem Filmemacher-Kanal. Aber jetzt ist Schluss mit Eigenwerbung. Aber zum Thema Amsterdam. Ich weiß, Reisen war sicher nicht das Intelligenteste, was ich diesen Sommer getan habe. Vielleicht aber auch nicht das Dümmste. Aber damit reihe ich mich ja nur in die Reihe von Dummen da draußen ein. Nämlich euch allen. Was habt ihr denn den Sommer so gemacht? Viel Party? Urlaub mit Party und ordentlich Viren verteilt? Ich weiß, dass nur eine Minderheit so bescheuert ist und auf jede Vorsichtsmaßnahme scheißt und um jeden Preis feiern will. Und das auch tut. Und es sind bei Weitem nicht die einzigen, die so virenfreundlich agiert haben. Das sind zum Beispiel die Touristiker und die Touristen, die einen Wirtschaftszweig, der sowieso schon klimatisch ein Wahnsinn ist, mit aller Kraft zu retten versuchen, damit die Pandemie schön stark bleibt. Das sind zum Beispiel Wirtschaftsbosse, die auf Hygienemaßnahmen verzichten oder sie zumindest nicht so genau nehmen, weil sie ein paar Cent mehr kosten würden. Und dann gibt es Chefs, die jetzt wieder überrascht sind und vollkommen unvorbereitet zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres in den Lockdown strudeln und nur dank ihrer Mitarbeiter wirtschaftlich überleben werden. Das sind natürlich die Maskenverweigerer und Koffidioten und die Nase aus der Maske hängenlasser. Und vor allem das sind jene Politiker, die mehr auf all diese Menschen hören und selbst den Sommer verpennen und uns wegen unklaren Regeln in den zweiten Lockdown schicken. Parteien, denen die Message Control wichtiger ist, als das Virus unter Kontrolle zu bringen und die mehr auf die Wirtschaft als auf die Wissenschaft hören. Die ständig der Bevölkerung die Schuld geben, anstatt auch nur einmal einen winzigen Fehler zugeben. Für die ein Imageschaden schwerer wiegt als der körperliche Schaden anderer Menschen. Warum sind wir also wieder im Lockdown? Jeder von uns hat ein kleines Stück dazu beigetragen. Ja, ich auch. Aber die Hauptverantwortung tragen die Politiker. Ich meine damit gar nicht, dass sie keine Fehler machen dürfen. In einer Situation wie unserer ist das sogar unvermeidlich. Aber das Wichtigste in einer unübersichtlichen Situation ist eben auch, dass von den Verantwortlichen klar und verständlich kommuniziert wird. Und dass klare Regeln herrschen, an die sich jeder halten kann. Und die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu appellieren, ist eine Kapitulation vor der Verantwortung, die einem vom Volk gegeben wurde. Und das Wichtigste, der Appell zur Eigenverantwortung funktioniert nicht. Hat es noch nie. Noch schlimmer, alle, die eigenverantwortlich gehandelt haben, haben doppelt den Arsch offen. Dass sie sich selbst über Monate limitiert haben und jetzt genauso mit den Beschränkungen leben müssen, wie all jene, die in den letzten Monaten in der Welt herumgereist sind und täglich Party gemacht haben. Das gleiche gilt für all jene, die seit Jahrzehnten nachhaltig leben. Sie sind genauso klimatechnisch im Arsch wie SUV-fahrende, fleischfressende, im Speckgürtel wohnende Massentouristen. Oder Menschen, die sich regelmäßig die Zähne putzen. Die sind genauso... Äh... Nein. Die sind tatsächlich besser dran als zahnlose Püree-Schlucker. Außer sie wären mit 40 vom SUV überfahren, dann war das Zähne putzen Zeitverschwendung. Noch einmal zum Mitschreiben. Eigenverantwortung funktioniert nicht. Und wenn Menschen in verantwortungsvollen Positionen an die Eigenverantwortung appellieren, dann haben sie selbst keinen Plan und wollen keine Verantwortung für ihr Tun übernehmen. Daher bin ich auch ganz stark der Meinung, dass sobald die Pandemie halbwegs überstanden ist, Neuwahlen geben sollte. Um den Kanzler und seine Posse von ihrer Verantwortung zu befreien. Aber wen interessiert schon meine Meinung? Dich anscheinend. Denn du hörst immer noch zu. Danke dafür. Aber auch du, Brutus, bist erlöst, denn das ist auch schon das Ende dieser Folge. Es war vor allem ein Rückblick und ein Frust ablassen. In den nächsten Folgen möchte ich neben dem aktuellen Geschehen aber auch auf das Positive blicken, das dieses todbringende Virus vollbracht hat. Persönlich und global. Und vor allem möchte ich nach vorne schauen und einen Weg nach vorne suchen und nicht zurück in die Vergangenheit. Also, stay tuned für die nächste Episode. Außer der Kindergarten schließt, dann gibt's Tote. Weil die Infektionszahlen nicht heruntergegangen sind und Menschen an Corona gestorben sind. Das wollen wir nicht. Also bleibt gesund und zu Hause zwischen 20 und 6 Uhr. Mit Ausnahmen. Alles klar? Baba. Baba.